So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich sammle Fleisch oder Chilis auf. Ich werde das Ganze jetzt ganz schnell probieren mit Fleisch und lande dafür extra an der Hühnerfarm. Hoffen nur, dass da jetzt kein Gegner ist. Das Ganze war es natürlich im Gruppenkeile-Modus, weil das Ganze einfach ein bisschen einfacher ist. Natürlich könnt ihr auch immer die Obstkisten durchsuchen, gucken, ob da Chili drin ist. Die sind ja noch da hinten, also man hat schon ein paar Varianten. Und wenn ihr wirklich nur Chilis sammeln wollt und keinen Bock habt, Tiere zu jagen, dann würde ich euch wirklich empfehlen, in Catty Corner zu landen. Das ist nur so ein kleiner Geheimtipp von mir. Und ihr seht schon, zwei Hühner haben wir schon hier. Sie sind auf jeden Fall schon mal zwei Fleisch. Jetzt hoffe ich schon, dass hier halt kein Gegner landet. So, zack. Ich werde mal hingehen. Wir haben schon das zweite Fleisch. Ja, und da haben wir schon den Gegner. Ja, ist mir egal, kann es sterben. So, wie gesagt, hier sind auf jeden Fall immer zwei Hühner, wenn nicht sogar mehr. Warte mal, wir gucken mal. Aber es sieht nicht so aus. Aber ich denke mal, damit konnte ich sogar schon den meisten helfen. Wie gesagt, wenn ihr dann noch Chili sucht, entweder hier landen oder bei Catty Corner, genau da, wo er gerade landet. Weil hier unten sind viele Obstkisten drin und hier unten links an dem Haus sind auch noch mal viele Obstkisten drin. Also eigentlich ziemlich easy, weil hier werdet ihr eigentlich nur Mais finden und halt in der Regel die zwei Hühner, die wir jetzt gerade auch erwischt hatten. Und ihr habt schon gesehen, der Gegner wollte auch schon hier landen, aber Hühner waren schon vergeben. Gucken wir mal gerade, ob hier noch gerade irgendwas rumrennt. Und denkt dran, wenn ich euch helfen konnte bei irgendwelchen Aufgaben, ihr nichts mehr verpassen wollt rund um Fortnite, dann lasst doch gerne ein Abo da. Wenn ihr das schon gemacht habt, gerne auch ein Like da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, setze ich mich weiter an die Aufgaben und ihr viel Spaß beim Leveln und haut herein.